Leute, saftig. Silberpack, Silber-Freepack. Ich wollte es eigentlich nur so öffnen, ich habe gar nicht aufgenommen, weil ich dachte, kommt eh nichts raus. Jetzt noch schnell die Aufnahme gestartet, 95er, Isaac kann man machen. Läuft, würde ich sagen, ey. Wir schauen mal, was noch dahinter ist. Ey, ich habe ein ganz, ihr wisst, es ist Silber-Team, du gibst ein Silber-Team ab, oder das war auch der einzig Gutspieler, aber egal. Ey, Digga, ein Walkout und dann 95er. Oder, kann man machen. Läuft bei uns. Egal, 3-Pack, 30 Spieler nehmen wir mit. So, 10x87er-Pack. Checkt den Shop aus, nice design, orange, blau, rot, grün, ihr wisst es. Es gibt so einen schwarz-weiß, checkt es aus, ihr unterstützt mich. Und ihr habt doppeltes Pack-Lack, gönnt euch. Link ist so in der Beschreibung, ich danke euch. Schreibt hier mal rein, was ihr gezogen habt, also ein 10x87er-Pack. Lasst Like da, Abo, Glock-Kackchen, Tiki-Einschalten, E-Mails drauf, wenn ihr Bock habt. Ab geht's. Team of the Season, wie immer vorne, ihr wisst es, aber Summer-Star-Karten können noch dahinter sein. Z-O-M, Z-O-M, Z-O-M! Oh, Bruder, Oskar, Digga. Bruder, als hätte Neymar oder Oskar. Okay, es gibt noch andere Z-O-M's, es gibt auch noch diesen 91er, wer ist der, Romarino oder so, gibt's auch noch. Schade, Boah, Digga, das ist aber jetzt, wenn da jetzt nicht irgendeine saftige Summer-Star-Karte hinter ist, am besten Neymar. Come on! Schwaches Pack. Schwaches Pack, alter, ja, Molenko, 94, das war's auch. Boah, das Pack war schwach. Ein Dombeli-Doppelt kommt in die SBC. Nein, nicht abstoßen, Digga. Leute, wir öffnen das 10x87er-Pack. Checkt ihr mal vor den Schauhaus. Nice Design, Zorong, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Unterstützt mich wie immer im Kauf. Ihr wisst Bescheid, ich würde mich sehr darüber freuen. Gebt noch ein Schwarz-Weiß und ihr habt doppeltes Pack-Lack. Link ist oben in der Beschreibung, ich danke euch für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ab geht's, Leute. Schreibt rein, was ihr gezogen habt in eurem 10x87er-Pack. Lasst ein Like da, Abo, Glock aktiv, täglich einschalten. Ich hoffe doch. Let's go. Team of the Season, wie immer vorne, ihr wisst es. Oh, Argentinien. Oder. 93er-DePaul. Oh, Mann, Digga, ich will doch nur diesen Potz Messi-Body. Der fehlt in der Sammlung. Team of the Season, Messi fehlt leider noch in der Sammlung. Vielleicht kommt er noch. Wir werden sehen. Vielleicht Summerstar-Messi, Ronaldo, Neymar. Irgendwie einer von denen. Ich würde es nehmen, sagen wir es mal so. Ich würde eine davon nehmen. Leider nicht, ey. Boah, es war ein Schwarz-Pack, Alter. 94er-Phillips, okay, aber... Tests. Ui, shit, Alter, aber schwach. Leute, 10x87er-Pack. Check in Show aus. Nice Designs, Soronges, Blau-Rot-Grün, Kissen, Tassen, Turm, Wolltel, vieles mehr. Gibt es auch ein Schwarz-Weiß, ihr unterstützt mich, wie immer ihr wisst es. Und ihr habt doppeltes Pack, wenn ihr die Nice Designs anhat. Also gönnt euch. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wer fresh. Und dann würde ich sagen, starten wir rein, schreibt rein, was ihr gezogen habt aus eurem 10x87er-Pack. Wenn ihr es gezogen habt, lasst Like, Abo, Glock, Aktivität, Einschalten. Ich hoffe, ihr seid täglich dabei. Würde mich freuen. Come on. Brasilien. ZDM. Casemiro, Digga. Fast Neymar. Ah. Ist okay, Mann. Casemiro, 94 auf so einem Pack. Ja, geht klar. Die geht wirklich, geht klar. Ist in Ordnung. Vielleicht noch eine Summerstar-Karte dahinter. Casemiro, Ronaldo, Messi, Neymar oder so ähnlich. Come on. Digga. Wie viele Top-Karten, Bruder? Alter. Spinazzola nur, Alter. Spinazzola hier als einzige Summerstar-Karte. Schwaches Pack und Unawa. So, wir kommen zum 10x87er-Pack. Leute, vorcheckt mir meinen Shop aus Nice Design. Orange, blau, rot, grünen, Kissen, Kassen, Tombäuten, Fittis, May, unterstützt mich, wie immer. Und ihr habt doppeltes Pack, wenn ihr die Nice Designs anhat. Ihr wisst es ja. Links oben in der Beschreibung. Ich danke euch. Checkt wie immer. Danke euch und schreibt rein, was ihr gezogen habt aus einem 10x87er-Pack. Lasst Like da, Abo, Glocke, Klinian täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Team of Precision. Brasilien. Z-U-M. Z-U-M. Oskar, Digga. Oskar. Danke für Oskar. Danke für Oskar, Bruder. Beste Leben, Alter. Vielleicht noch irgendwie eine Summerstar-Karte dahinter. Ronaldo, Messi, nämlich zufrieden. Come on, Bruder, bitte. Come on. Hey, meine Güte, Mähle. 94 der Beste, Alter. Danke dafür. Ach, alles. So, Leute. 10x87er-Pack. Checkt den Shop aus Nice Designs. Orange, blau, rot, grün, ihr wisst es. In schwarz-weiß. Ihr unterstützt mich. Ihr habt doppeltes Pack-Lack. Wenn ihr die Nice Designs haben, könnt ihr euch links unter der Beschreibung. Ich danke euch für unsere Support. Wir starten rein. Schreibt rein, was bei euch drin war. 87er-Pack. Lasst Like, Abo, Blogakt, wir haben Take einschalten. Let's go. Team noch das Season-E-Mach. Vorne drauf. Komm mal, einer wäre richtig high-rated. Stürmer. Wenigstens Ruben-Dias, Alter. Nicht Josef Fonte, Alter. 94. Immerhin. Oh, Bruder, ey. Ich will nur diesen Potz-Ronaldo, Bruder. Ich will ihn doch nur. Ich will ihn doch nur, Bruder. Mehr will ich doch gar nicht, Alter. Mehr will ich doch gar nicht, Bruder. Vielleicht ist er noch drin. Summerstar. Komm. Summerstar, Ronaldo. Komm, Bruni. Ma, Digga. Muriel. 1,93, 2,93, 2,94. Mehr ist nämlich schon da drin. Ja, Digga. Lapadula, ey. In jedem Pack, Alter. Schade, schade, alles. So. 10x7,80er-Pack. Check den Shopcode. Wie bei Leuten, Nice Designs Orange, Blau und Grün, Kissentassen, Turmbeut, Fiesmeer, Schwarz-Weiß. Ihr wisst es. Ihr unterstützt mich. Ihr habt doppeltes Pack-Lack, wenn ihr Nice Designs anhabt. Gönnt euch. Ich danke euch. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. 11,87er-Pack. Das bleibt bei Abo, Glockakt, wir haben Take einschalten. Ich will es hoffen. Ich hoffe doch. Ihr seid am Start. Team of the Season, wie immer. Es können auch so Summerstars dahinter sein. Oder Navas. Ich glaube, es ist der einzige Costa-Ricaner. Costa-Ricaner oder Costa-Ricaner. Ich habe keine Ahnung. Der trotz hat 94er Navas. Naja, geht klar. Ist in Ordnung. Ich hoffe, dass irgendeine High-Rate-Summerstar-Karte hinter ist. Ronaldo, Messi und Co. natürlich. Come on. Gönnt einen von denen, bitte. Oh, Digga. Kein Duplikat, aber 5,93er, 2,94er vom Rating der Stabilis-Pack direkt in Fall. Leute, 5x90er-Spieler-Pack. Check-in-Shabos, Nice Designs, Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Kassentrum, Leute, vieles mehr. Gibt es auch in Schwarz-Weiß, die unterstützen mich. Ihr habt doppeltes Packlack. Wenn ihr die Nice Designs anhaben, gönnt euch. Ich danke euch für euren Support. Wir starten rein. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Lasst Like da, Abo, Glockakt für den Tegel einschalten. Ich hoffe, ihr seid am Start. Let's go. Team of the Season. War zu erwarten. Ah, Deutschland. Ah, Mann. Torwart Manuel Neuer. 95, ne? Oder 96. Ja, 95. Ist okay. 95er Neuer. Ja, aber... Mann, ey. Zell jetzt. Ha. Oder ich hab den bestimmt jetzt 6, 7, 8 Mal gezogen. Das ist halt so das Ding, ne? Also ein bisschen mehr Abwechslung. Würde ich mir schon wünschen. Aber gut. Was willst du machen? Na, was noch dahinter? Sonst, ich muss sagen, diese 5 mal 90er Plus Packs. Ohne Scheiß, die haben mich nicht überzeugt. So, 10 mal 87er Pack. Checkt die man vor. Schau mal aus. Nice design. Orange, blau, rot, grünen. Kissen, das sind Torbeil. Vieles mehr. Schwarz-Weiß auch im Start. Ihr unterstützt mich. Ihr habt doppeltes Pack. Gönnt euch. Let's go. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Lasst Like da. Abo. Glockakt die in Tegel einschalten. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ihr seid am Start. Team of the Season. Wie immer. Bruder. Brasilien ZUM. Ah, Bruder. Aber, 94er Ederson. Ja, Bruder. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger. Doch, eigentlich schon. Digger. Ederson so oft aus diesen Packs gezogen. Aber ihr wisst es. Samas da, Ronaldo, Neymar, Messi. Alle können da drin sein. Morata. 95er Morata. Son, Ruben Diaz. Ja, stabiles Pack von den Ratings. Das ist ein stabiles Pack. 93er. Digger, 3. So, wir kommen zum 10 mal 87er Pack, Leute. Checkt vor den Show aus. Nice design. Orange, blau, rot, grün. Kissen, das ist ein Torbeut und vieles mehr. Gibt es noch ein Schwarz-Weiß. Ihr wisst es. Checkt es aus. Link ist oben in der Beschreibung. Ich danke euch für einen Support. Ihr habt doppeltes Pack. Wisst ihr, wenn ihr den Nice-Defense an habt? Also, grünt euch. Let's go. Starten rein. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Du musst mich um den Gegenständen kümmern. Ah, danke. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Ja, er war aber noch doppelt. Drei mal. 83 plus. Liegt schon ein bisschen länger hier. Ehrlich gesagt. Liegt schon ein bisschen länger hier rum. Öffnen wir mal, ne? Was soll der Geiz. Was soll der Geiz? Öffnen wir mal. Ab geht's. Team of the Season ist schon mal sehr gut. Come on. Polen. Oh, Stürmer. Bruder. Lewandowski. Schreibt. Auch schon oft jetzt gezogen, muss man dazu sagen. Aber trotzdem. Ey, Digger, nice. 98er-Leber. Sehr gut mit der Arbeiten, würde ich sagen. Vor allem so ein Pack, Digger. 10x83er-Pack. Ich dachte, es wird jetzt dieser ZDM, Alter. Läuft, Alter. Let's go. Mal schauen, was noch dahinter ist. Ah, Rest. Naja, nicht so gut. Aber geht klar. Stabiles Pack, Alter. Für so ein Pack. Was besser ist, was kannst du eigentlich nicht rausholen? Ohne Scheiß. So, wir kommen zum 10x85er-Pack vor. Showbox checken. Ihr wisst es ja, nice design. Orange, blau, rot, grün, Kissen, Kassen, Tomboy, vieles mehr. Ihr unterstützt mich in schwarz-weiß auch erhältlich. Link ist oben in der Beschreibung gerne abchecken. Ihr unterstützt mich. Und ihr habt doppeltes Pack, ihr wisst es ja. Also checkt's aus. Link, wie gesagt, oben in der Beschreibung. Bestand rein. Schreibt ihr mal rein, was in eurem Pack war. Was war drin? Was im Glock hat, wie ein TG einschalten, ihr kennt das ganze Jahr. Team auf der Season, wie immer. Einmal nicht gehabt. Ehrenlos. Deutschland. Z.O.M. Bayern. Kim. Goretzka. Ne, Müller, Digger. Digger. Ich dachte, Goretzka wäre mega nice gewesen. Weil der ist, glaube ich, ZM oder ZM sogar. Okay, Müller 94. Ist okay. Digger, bin ich mir zufrieden. 94er Müller nehmen wir mit. Gutes Rating. Hoffentlich noch einige High Rated dahinter. Uh, Sabitzer. Nice. Boah, Digger. Sieben Team of the Season. Krass, kein Inform. Ich wollte eigentlich ein Inform haben für SBCs. Aber gut, man kann nicht alles haben im Leben. Acht von zehn Walkouts. Bis jetzt. Naуз kam.